An den bewirklichen Plattformen umzustehen ist meine drittliebste Lieblingsbeschäftigung. Gleich nach Tanzen und Weinen. Jaaa. Kein Stress. Das sind ja auch so ähnliche Sachen. Tanzen und Weinen. Eigentlich sollten wir ja heben den... ich hol den mal runter. Hier mal mit dem Aufzug. Ach gut. Ich wünschte, ich hätte Beine. Seid ihr auf dem Aufzug? Ich bin auf dem Aufzug, ja. Komm auf den Aufzug. Es geht aufwärts. Ich bin hier oben. Liegt noch schön Zeitraum. Oh, hier ist noch eine Kiste. Money. Money. Das ist Money. Jetzt wird das sowieso aufgeteilt zwischen allen. Würdest du? Ja, würdest du. Okay, wir haben hier neu. Hier geht da was von. Oh, gut Munitionsbox. Geil. Alles kaufen. Also, damit das klar ist. Ja, die meisten meiner Waren wurden tot und nach Teuren aus den Händen gerissen. Ja, ich bin super. So. Geht dann mal voll auf Shotguns, ne? Darfst du gerne, wenn du damit klarkommst. Ich. Komm mit denen nicht klar. Wenn ich nur eine Munitionsart habe, ist das super, weil... Ich kann die aufladen. Naja. Warte. Na, muss auch passen. Habt ihr es? Jo. Achso, ich kann auch Waffen verkaufen, ne? Herzlich willkommen, Kunde. Bis bald, mein Freund. Wenn du anders reinkommst, lass ich dich tüten. So. Das sieht mir so nach so einem schönen Kampfkreuz aus. Deine Klapp-Trip-Einheit ist wieder da! Ah. Ein Flint. Das fängt nicht nach Feuer. Unsere neuen Folterpüppchen, Jungs! Heizt ihn ein! Mit ner Pickaxe. Okay. Oh. Ah, Lussel. Es tut für Leid, Captain Grin, Sir. Bitte versagen Sie mich die Kine. Oh. Das ist geil. Oh. Bits. So. Grab eins. Hatsen. Null. Ah. 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 Oh, ja. Hi, 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 hi. Hey, ich bin in der Mink-Chin-Einheit, Sieg-Einheit-Kreuz-Animation. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Nein, da ist ein Schanddraft. Ah, geil. Ich weiß mal, die Granaten drauf sind. Ich bin da. Ich hab keine Granaten drauf. Hinter dir kommt, Simon. Ja, ich hab jetzt gerade auch ein... was... Und, das vergeht eben nicht. Ach, von allen Seiten sind die. Ich bin übrigens da und nochmal. Ja, okay. Ein kleines Blatt, grab dann zu. Ich bin direkt auf mir, ja. Auf dem Zweck. Ja, eben. Ich bin groß. Ja. Ich bin klar. Ja. Okay. Okay. Lauf! 3 3 2 4 2 5 10 10 10 12 12 14 15 15 15 15 16 16 Das war's mit ihm. Das war's mit ihm. Oh, ja, das war's mit ihm auch wieder. Das war's mit ihm, fast. Hilfe und sowas. Er hat mir eben nicht. Nein. Haben wir's? Ich denke schon. Da haben's. Großartig. Großartig indeed. Jetzt umsehen, ob man irgendwas brauchen kann. Okay, jetzt müssen wir nur noch zu meinem Schiff. Ja, anscheinend. Wahrscheinlich so'n glücklich echtes Schiff, so'n Gummibötchen. Bestimmt so'n Barbecue. Pass auf. Ein riesen Ding. Naja. Trau' ich Glep-Jab jetzt irgendwie nicht so zu. Das ist finde ich unterschätzend. Äh... Man kann es gar nicht gering genug schätzen, ehrlich. Waffe. Waffe. Das ist ne Schrot. Das ist ne coole Schrot. Ich weiß nicht, hier macht weniger Schaden. Hab jetzt so'n richtig schön riesiges Magazin. Was für'n Ding, ey. So. Eine schwere Entscheidung. Ah, ich liebe es, Beute zu vergleichen. Ja, ja. Naja. So cool die auch ist, wenn die jemand haben will. Moment. Ben. Die da. Das ist weg. Oh, ne, danke. Echt nicht? Okay. Nicht wirklich. Oh, Schrottis. Ich bin wie immer der mit der... ...derjenige mit den schlechtesten Waffen. Ja, das erinnert ja gleich. Nach der Aufnahme. Ja, und dann bin ich in der nächsten Aufnahme wieder der mit der schlechtesten Waffen. Weil ihr immer die seid die vorrennen und irgendwie Waffen kriegen. Ich meine, ihr rennt nicht unbedingt vor, aber ihr kriegt immer die Waffen. Ich hab nur Schrottgangs, ja. Literally. Moment. Und nun komm's auf Sanctuary! Yay! Lass uns Segel setzen! Nix hier hinten. Nix da hinten. Okay. Euer Punkt. Äh? Achso, ja, schon Punkt. Punkt? Punkt! Ja, es geht Punkt. Ich hab keinen Skillpunkt. Weil du nicht Level 7 bist oder wie? Ich bin nicht Level... Nee, ich bin nicht Level 7. Okay, ja klar, weil du kaum jemanden, äh, wieder hochgeholfen hast, glaub ich. Ja, weil ich zwar gestorben bin und kurz nicht dabei war. Deswegen nicht mitgelevelt habe kurz. Daran liegt's. Hm. Ja, ich war zu weit entfernt, um mit an den Skillpunkten besteidigt zu sein. Ich bin gelaufen. Hm. Ich will das haben, aber dafür... Der Skillbaum funktioniert wirklich so, dass es immer... Du musst 1 voll auflabeln und dann kriegst du was da drunter ist, ne? Jo Okay Das ist mies Weil ich auf beiden Seiten was haben will Naja Das Archie-Ding sieht interessant aus, aber Ja, wo krieg ich jetzt noch Gegner her? Ich mach erstmal noch mehr Heilung von den Kugeln So Hm, man müsste eigentlich zurückrennen können und noch Gegner killen können, oder? Irgendwo müssen wir ja wieder gespawnt sein, hat ja eben auch funktioniert Weil das war, weil wir Klappklappen nicht mitgenommen haben So, dann bin ich jetzt halt ein Anarchist Wer wollte oder nicht? Hi Hi Ja, okay, wo auch immer du solche Waffen immer herkriegst Ist gar nicht so gut wie sie aussieht Macht nicht viel Schaden, dafür aber eben Explosiv Und verbraucht zwei Muni pro Schuss Ja, und? Oh, bleibt Konstantin Er geht zurück und sucht Feinde Nee, nee, ich bin wieder da Okay Man kann nicht weiter zurück Dann können wir weiter Oh Ach Was ist voraus? Sag den Einheimischen, was wir für meine Heimcare-Party benötigen Ich bleibe hier, bis wir alles geschafft haben Jetzt nicht, bleibe! Du dich! Du dich! Du dich! Oh, kacke! Aber nur endlich Sanctuary ist für euch gesperrt Ihr Bloodshots könnt in eurem Loch bleiben Ich seeeeeeeellig Super Ja, lauf dir los nicht zurück in euer Camp Oh, gute Idee Ich glaub wir drehen um und verziehen uns in unser X- Puh, ja frucht Sanctuary ist kaum besser. Du brauchst einen Wagen, um das Stadttor zu erreichen. Geh zum Clatcher-Ride. Lasst mich nicht im Stich. Bin so weit weg. Das ist mein Grenad, das muss man ausprobieren. Wie wär's mit jetzt? Geben so. Geh zum Clatcher. Ja, jetzt wird das nicht mehr so. Ja, jetzt wird das nicht mehr so. Ich bin für mich geflogen. Lass mich nicht mehr. Nee, komm, komm. Hä? Brenne. Oh. Ah, endlich Michael. Kein schlechter Anfang! Wollt ihr mich endlich? Ah, E. Durchhalten! Das ist noch so eine Sache, die ich freischalten werde, als ich mit einem Facelog, also wenn ich F drücke, sollte sofort wiederbeleben kann. Sekunde, du musst kurz den Griffpunkt geben. Wie oft kannst du dein Facelog eigentlich einsetzen? Wie 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 kannst du dein Facelog eigentlich einsetzen? Ja, naja, deswegen bin ich ja weggegangen. Das ist besser als meins. Ja, ich hab mir jetzt keinen Schaden gemacht. Zeig mir ein paar grüne Pfeile! ... Nö! Ähm, es muss kurz noch was drinsteht... 13 Sekunden. Ok. Bei dir? Ich kann ja blieb nachsehen. Deathcrap! Andere Flodon! Kommentare von deinem... Alter, wir machen Angst. Wieso? Es wird geil! Ach, wir wollten doch eigentlich auf Feld sammeln, oder nicht? Auf was? Feld sammeln. Zu late. Eben. Was ist das denn? Der wird sich aus. Auch niemand, glaube ich. Zurück kommt man bestimmt nochmal. Wir haben ja diese komischen Teleport-Beacons da. Ja, zurück kommt man sicher irgendwie nochmal. Wollen wir gleich die Karre nehmen, oder wollen wir da rein? Vielleicht wollen wir die Karre nehmen. Hier, hier kann man sich gleich rein holen. Wir haben ja total ein Fahrzeug für dich. Wow! Nicht-autorisierter User auf meinem Kühlergrill! Versuchst du mein Catch-a-Ride zu hacken? Zerflucht! Äh, sorry, verflixt. Ein Mann namens Scooter kontrolliert diese Catch-a-Ride-Automaten. Er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig, aber mit Autos kennt er sich aus. Er hat diese Station gesperrt, damit Banditen sie nicht benutzen können. Aber ich registriere einen inaktiven Hyperion-Bot im Camp der Bloodshots. Wenn du seinen Interface-Adapter an das Catch-a-Ride anschließen kannst, hecke ich die Station und besorge dir ein Gefährt. Wieso weht bei der KI eigentlich ständig so ein sanfter Wind nach rechts? Das hab ich mich auch gerade gefragt, ja. Weiß ich nicht. Das ist ne Rechts-KI. Was cooler aussieht. Ne Nazi-KI ist das, weißt du? Und die müssen doch hier rein, Konstantin. Also ruhig. Moment! Slug-Behälter. Nein! Was? Tamam! Ich bin der Weg! Nein, weil das ist sicher. Ach! Alter! Junge! Ich bin ich verzeiht, Granaten sind eingesackt. Freikörper! Oh, kaputt. Joa, jetzt macht er mich auch noch down. Ja. Bin aufm Weg. Ich hoffs. Ja, ich bin schon weggelaufen. Auf mein Befehl! So, komm! Auf sie! Ja, Moment. Erstmal... Lass mich zuerst wieder übernehmen. Liebe! Liebe! Liebe, Mann! Ich bin Mist. Ja, ich bin nicht schwer. Ich bin völlig übernehmen. Ich bin so alt. Ich bin leider. Ich bin aber nicht. Es ist keinstal. Ich bin echt. Ich bin echt wichtig. Das ist nicht schlecht. Du bist! Ich geh mit dem Werte! Ich bin da! Fuck, ich sterbe gleich. Oh, ich bin da! Schnauze! Ach, das musst du. Okay, sorry. Hi. Ich muss mich gerade mal verstecken. Das wird wieder, das wird wieder! Das wird wieder, das wird wieder. Ja, hast schon recht. Charakter. Okay. Aber ich weiß doch, den Facebook ist sehr praktisch eigentlich, ne? Der muss doch irgendwann länger werden. Naja. Ah, der. Schließ den Adapter an das Catch-A-Ride an. Dann besorge ich dir ein Gratischfahrzeug. Waffen! Schrot kannst. Pistolen-Schrot. Du rufst dir aus. Ich mag beides ja nicht, also... Ja, ich meine, ich habe nur Pistolen-Schrotgang momentan. Ich hätte gerne so eine Assault oder was in Richtung. Ja, ich brauche einen anderen Sniper, oder überhaupt was anderes, weil ich... Sniper, den ich jetzt habe, ist für sinnlos. Macht weniger Schaden, als meine normale Pfandfeuerwaffe hier gerade. Okay. Kann ich eigentlich irgendwas mitnehmen? Bestimmt eigentlich. Ne, eben. Konstantin, lässt du mir was übrig? Splade. Aber ja, ich kann was wieder droppen, natürlich. Oh, das nächstbeste, was du nicht mehr braucht. Warte. Ne, ich kann dir sogar was besseres droppen, glaube ich, weil... Ähm, ja, ich droppte jetzt irgendwas gerade erstmal. So. Ich muss gerade erstmal gucken, was ich hier alles gekriegt habe. Das weiß ich nämlich selber gerade nicht so. Gut. Nein, ich wollte nicht nach. Hm, die scheint mir recht nice zu sein. Trägen wir uns doch aus. Oder? Wie denn? Du hast ne dämliche Visage. Achso, das näher. Okay. Aber recht hab ich. Kann sein. Ansonsten kannst du hier noch... was andere haben, aber die sind mies irgendwie. Ne, ne, die sind mies. Die Schaden hier sind die einfach minus. Deswegen. Ne, das ist... Maxine passt zwar gerne, aber wenn man keine vernünftige mehr findet, keine neue, dann muss man halt... ...davon ablassen. Noch eben... Noch mehr Kisten. Ja! Geld. Aber ich bin noch eine Granate gebraucht. Ach, gut.